Hi Leute, was geht und willkommen zu einem neuen YouTube Video hier auf meinem Kanal BRUNIVERSALSCOATER. Ich mache heute nochmal einen zweiten Teil mit dem Trampolin Scooter, weil der letzte Teil, der ist mega gut bei euch angekommen. Und ich wollte mich auch schon mal richtig dolle bedanken für die 60 Abonnenten, die wir jetzt schon geknackt haben. Wir steuern so langsam zu den 100 zu und genau, wenn ihr das Video seht, lasst gerne ein Abo da und ein Like, würde mich mega freuen und genießt Teil 2. Bis zum nächsten Mal. So, ich hoffe, der zweite Teil hat euch jetzt genauso gut gefallen wie der erste. Wenn ihr noch weitere Videoideen habt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde ich mich mega freuen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao!